Hallo, herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Ja, an diesen Tagen haben wir im Grunde drei spannende Themen. Zum einen, wann endet die große Dürre 2018? Dann die andere Frage, was macht dieser Kälteeinbruch zum kommenden Wochenende und zum Wochenanfang? Und die dritte Frage, wie lange bleibt diese kühle Luft bei uns und wird es vielleicht schon nächste Woche wieder deutlich wärmer? Auf jeden Fall ist jetzt höchste Zeit für die Winterreifen. Die Regel sagt ja auch, Winterreifen von O bis O, von Oktober bis Ostern. Und zumindest in den höheren Lagen, da können wir mit einer hohen Sicherheit davon ausgehen, dass es am Sonntag und Montag zu kräftigeren Schneefällen kommen kann. Schauen wir uns zunächst mal die Großwetterlagenkarte vom heutigen Mittwoch an. Und dann sehen wir hier noch das Tiefsieg Linde. Das brachte ja vor allen Dingen hier dem Norden und dem Osten ein bisschen Wind, teilweise auch richtigen Sturm und Richtung Nordsee sogar eine Sturmflut. Aber dahinter wird es schon wieder ein bisschen ruhiger. Da kommt so langsam das Hoch Xerxes herangezogen. Zwischen dem Tief und dem Hoch, da gibt es heute so ein Mischmaschwetter. Es gibt viele Wolken, ab und zu fällt ein bisschen Regen. Das ist aber meist nur Nieselregen, also ziemlich unangenehm draußen. Und die Temperaturen, die erreichen so 11 bis 14 Grad im Norden. So im Westen und Süden, da werden es teilweise noch mal 14 bis 17 Grad. Die Sonne ist aber heute in der Tat eher Mangelware. Ja, wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Am Donnerstag gibt es insgesamt viele Wolken. Vor allem nach Norden und Osten hin kann es immer wieder Regen geben. Im Südwesten entlang des Rheins bleibt es weiterhin trocken. Da bräuchten wir mal Regen. Die Temperaturen immer noch sehr mild mit 12 bis 17 Grad. Auch am Freitag insgesamt viele Wolken. Im Norden weiterhin Regen. Im Süden auch ab und zu mal Sonnenschein. Hier meist trocken. Und die Temperaturen erreichen dann noch so 8 bis 17 Grad. Die höchsten Werte gibt es weiterhin hier entlang des Oberrheins. Auch der Samstag bringt dann viele Wolken und dann endlich auch mal im Südwesten Regenfälle. Also rund um den Schwarzwald Richtung Schweizer Alpen kann es dann auch mal nass werden. Aber die Temperaturen, die sinken und erreichen maximal am Samstag noch 6 bis 12 Grad. Ja und hier mal ein Blick auf die Niederschlag-Summenkarte. Die Regenmengen aufsummiert bis zum Sonntagabend. Und wir sehen vor allen Dingen hier im gesamten Südosten kann es kräftigen Niederschlag geben. Und auch hier Richtung Schwarzwald und Richtung Schweizer Alpen. Kräftige Niederschläge. Das tut dem Rhein gut. Der wird sich also langsam wieder etwas füllen. Trocken dagegen bleibt es hier in einem Streifen vom nördlichen Rhein-Pfalz. Von Nordrhein-Westfalen bis nach Berlin und Brandenburg. Hier kommt noch relativ wenig Regen vom Himmel. Aber sonst sind es doch schon relativ kräftige Niederschlagsmengen, die da anstehen. Und nun ein Blick auf diesen Kälteeinbruch am Sonntag und Montag. Hier mal die Tageshöchstwerte vom kommenden Montag. Und wir sehen, verbreitet einstellige Tageshöchstwerte teilweise hier unter 5 Grad. Vor allen Dingen hier in Baden-Württemberg, aber auch in Teilen von Hessen und Thüringen. Und dazu kann es dann wirklich auch Niederschläge geben. Und die können vor allen Dingen die Nacht von Sonntag auf Montag auch mal in diesem Bereich hier. Von Rheinland-Pfalz über Hessen bis nach Thüringen, teilweise Bayern, Baden-Württemberg. Auch mal bis in tiefe Lagen mit Schnee vermischt sein. Also Schnee-Regen bis ganz runter ist da möglich. Also wie gesagt, höchste Zeit für die Winterreifen. Ja und das die Tageshöchstwerte ein paar Tage später an Allerheiligen. Ja und dann sehen wir schon, es wird wieder deutlich wärmer entlang des Rheins. Schon wieder 14 bis 16 Grad. Also dieser Kälteeinbruch, der ist nur von kurzer Dauer. Das zeigt auch ein Blick auf die Ensemble-Vorhersage für das Rhein-Main-Gebiet. Hier rutschen die Temperaturen in 1500 Metern Höhe zum Wochenende richtig in den Keller. Hier oben das Klimamittel, aber danach geht es schon wieder nach oben und dann bleibt es in den ersten November-Tagen eher für die Jahreszeit zu warm. Ein Ausreißer sogar, will es total warm sehen. Niederschläge vor allen Dingen hier am kommenden Wochenende bis zum Montag und Dienstag. Hier auch im Rhein-Main-Gebiet ein kleines Schnee-Risiko, also Schneeflocken bis runter, sind hier auch nicht ausgeschlossen. Aber danach lassen die Niederschläge langsam wieder nach. Ja, mit diesen Aussichten noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.